Wir sind wie wieder bei dem Let's Play Dead Island und wir sind kurz vor dem Verrecken ach wir sind vor dem wir sind fast beim ersten Mal willst du mich verarschen? wieso steht der jetzt da? man die gehen mir ja der geht mir auf den Sack ich brauch nur noch einen falschen Schlag und ich bin hinüber komm doch raus Gott ja ja komm Mann ist das Ding schnell kaputt willst du mich verarschen ist ja unglaublich ich brauch irgendwas starkes und die hier warum hab ich die hier schon früh angesetzt? egal komm her so so geh sterben geh sterben Gott oh Gott Gott ey ok so einfach alles mitnehmen einfach mitnehmen und jetzt und jetzt geh ich nochmal nach da oben oder eher gesagt hier hin ne ich da ist bestimmt auch noch ein bisschen Nahrungsmittel ja springen und ah shit ok ich renne ich renne ich bin weg hier ach ne schon wieder einer erst mal ne Energie Dose äh die Tür kriegt ich anscheinend wieder nicht auf oder war das die? ah ne oh man Gott Gott komm die sterben ey man wer kommt ihr denn alle? ich hab keine Power mehr jetzt war so ach ne der ist da hinten ich hab schon gedacht der ist schon wieder hier drin wenn wir ihn jetzt so schön bekommen aber naja erst einmal hier Nahrungsmittel ey ich brauche einen Dietrich du feins äh Alkohol ist hier keiner ok das Lichter ist hier äh dann gehen wir jetzt nochmal da oben zu dem Typen und geben denen noch die zwei Alkohol Schnipschen ah ah nein geh weg geh weg von mir ich will nichts mit euch zu tun haben oh warte mal hier ist aber auch noch was hier ist auch noch geschnipst drin der lebt ja wieder den haben wir am Anfang schon erledigt komm oh hier ist Alkohol yeah nein ich will kein Alkohol nehmen Gott oh Gott sie müssen mich alle schon wieder drängen Alkohol zu nehmen äh ups das war ein Versehen weg mit dir komm hoch das hier ist doch der Typ mit da ich hab dir jetzt schon viel besorgt du brauchst hey jetzt mach auf ey ich hab dir jetzt schon viel besorgt tja unglaublich okay jetzt müssen wir kurz das ist irgendwo hier Mann wo ist denn das ich hab mich verlaufen irgendwo oh hier so mal markieren wo ich lang muss hier hier runter dann hier lang guten Tag guten Tag einfach dran vorbeilaufen nicht beachten dann läuft alles ist alles gut lalala und ich hab keine Energie mehr und mit der mir läuft einer und jetzt lauf lauf um dein Leben lauf Forrest lauf Fähigkeit stehen zur Verfügung jaja ok noch 108 Meter das schaffen wir das schaffen wir kommt einfach runterlaufen jetzt und dann haben wir es geschafft so und jetzt hier yeah wir sind da wie schön wir sind endlich da ich hab schon gedacht das Feuer wird niemals geht niemals vorbei hier hey wo muss ich denn lang stopp hä ich muss unten hin nee stopp oh wieso Mike die Mission hat doch mit Mike nichts zu tun äh äh ah Gott macht mich jetzt total verwirrt hier verdammt ich hab doch nicht alle Flaschen gefunden nein jetzt reicht's mir jetzt lauf ich nicht jetzt fahr ich einfach mit dem Auto hier äh rum äh Gott wie viel Nahrungsmittel will der denn aber hier oben ist irgendwas und da das hole ich jetzt das hole ich jetzt und dann möge das langsam genug sein noch Alkohol wie geht's dir gut mir geht's auch gut das ist schön zu hören oh jetzt hab ich's geschafft wo ist denn hier geh sterben ich hab keine Energie mehr der lebt hier immer noch und komm was kann ich dafür wenn die ich weiß einfach nicht ok dann ziehen wir uns hier wieder und geben die Flaschen endlich ab und das wär's dann auch für diesen Part wieder ging wieder mal sehr schnell vorbei hätte ich nicht gedacht komm fahr durch so oh Gott sei Dank endlich endlich haben wir's geschafft lasst uns nur wieder durch los okay wir sehen uns dann im nächsten Part wieder bis zum nächsten Mal ciao